Ich bin jetzt hier in Basel, wir gehen jetzt Richtung Fantasy Basel, gell? Ja! Ja! Wir freuen uns schon riesig! Wuhuu! Hehehe! Schaut euch das an! Riesenschlange! Ja, ja. Eva, wie viel spielt das ist? Hey, es hört einfach nicht auf! Schaut doch diese Schlange an! Boah, verdammt! Es hört und hört einfach nicht auf! Mann, Leute! Seht ihr den Schlangen dahinten? Es geht bis hier! Wow! Verdammt! Was für ein Pech! Die Schlange, die kürzer ist unter 18 und die über 18! Schaut euch das an! Wow! Ey! Viel zu viele Leute! Damn! Ich lasse mal die Kamera laufen, dann seht ihr wie viele Leute es sind! Bam! Richtig viel! Wow! Schein! Es hört einfach nicht auf! Oh mein Gott! Der Schlange hört immer noch nicht auf! Ey! Die Zange! Ey! Damit trainiere ich richtig meine Arme! Es geht einfach weiter und weiter! Was für eine Schlange! Verdammt! Es geht weiter und weiter! Ich glaube, das ist die linkste Schlange, die ich bis hier gestanden habe! Wow! Es geht einfach weiter! Wow! Endlich! Am Ende! Wir sind die letzten! Damn! Ey Leute! Ich zeige euch, wieso die 6D so praktisch ist! Es hat die App! EOS! Und ich zeige euch, wie wir ein Foto machen! Keine Ahnung! Bei uns! Jetzt könnt ihr schauen! Das Foto ist schon auch hier auf dem Handy! Jetzt sieht man es nicht so genau! Bam! Da sind wir nun! Schaut euch das an! Der Eingang! Yeah! War nicht schlimm! Voll lieb! Batman! The Dark Knight! Star Wars! Yeah! Online Game! Also, Mannser! Das ist der Kino! Sieht doch cool aus! Yeah! Yeah! Jede Menge geilartig! Wir sind hier nun in der zweiten Halle! Es sieht schon schlecht aus! Es ist mir, denke ich, fast wie ein Museum, wenn man es sagen! Sieht man das in der Outwork hier? Sieht man es? Nice! Richtig nah! Das ist... Das sind Kerne! Die können zeichnen, wenn alle zuschauen! Respect! Schau doch das an! Schau doch mal! Gib mir mal ein Sekund! Ach, komm in! Ja! Ein Sekund! Das ist der Herr der Ringe. Seid ihr das? Wie viele Leute sind? Ja. Wow! 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 Und dann! No! Oh, 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 oh! No! Das ist sehr cool. Sehr schön. Ich bin gerade Mittag. Ich habe mir einen Sandwich montiert und ein Stück Maranen. Sehr lecker. Dann geht es weiter. Wie war es zum ersten Mal? Muss ich sagen? Echt schlecht. Gefällt. Daumen hoch. Ich habe mir gerade eine Pocken geholt. Die gibt es meist nur in Thailand. Super lecker. Ja. Die bringt es nicht draussen. Es ist auch immer. Mmh! Lecker! Ja. Ja zusammen, was geht's? Safety time! Gibt mir. Wo bist du? Fantasy Basel! Ja! Und? Ja, seine Facebookseite. Facebook. Facebook.com slash Lightwaver. Yeah! Verdammt lecker! Ich glaube, das nehmen wir einen Rahmen. Und über das? Ja, genau. Verdammt lecker! Es gibt es nur hier. Das werde ich wahrscheinlich mehrmals sein. Schau doch mal. Kannst du das gut machen? Ja, sicher. Okay. Gut. Okay. Was geht? Schaut mal. Yeah! Ganz cool. Schaut doch das mal. Speedpainting in Photoshop. Wo steht ihr? Lass es bei dir, oder? Wohl nice, oder? Hey! Hi zusammen! Hier der Böde! Für mich geht es nach Davos, nach Andy Yap, Andy Mung. Wo Cosplay Games und so alles stattfinden wird. Ach ja, befinden wir momentan an Bahn und Form. Und ja. Ich mag verwirklich gerade hier den Avocado Chicken sandwich selbstgelebt. gemacht. Ascolileo kann ich euch nur empfehlen. Mit Avocado Geschmack, verdammt legt. Gute Arbeit. Könnt ihr diese Geräusche? Als wären wir im Wald. Wie Insekten so, die ihren Füssen so reiben. Hey zusammen, ich habe hier so einen Roundfest gebastelt. Wir haben so einen Griff. Danke noch an Markus und Luthi von Fotocastli, das wir reif stellen. Hier kommt sie zum nächsten Mal richtig zum Einsatz, weil damals habe ich sie einfach mal auszuprobiert für die Katze. Wie ihr seht, das ist so wie ein Beauty-Tisch. Eigentlich sehr praktisch für unterwegs. Und ja, ich teste mal an mir selber. Hallo, hallo zusammen. Cooler sich. Cooler Moderator. Cooler Fotograf, bester Fotograf, epische Fotos. Bester Moderator, der Rocktiboot in der Gasfall. Das ist cool. Ich hoffe, du hast Spaß. Du hast Spaß. Ja, total Spaß. Du auch. Ja, alle natürlich. Ich meine... Vivian, es ist genial. Ich meine, jetzt ist es wieder ruhiger. Siehst du, die Leute dort? Die werden wahrscheinlich alle anstehen für das Fotograf-Date. Speed-Dating ist in. Wir würden gerne mehr Runden machen, aber irgendwie... Ja, irgendwie haben wir halt wenig Leute und so. Das Video. Das Video. Hallo zusammen. Hier abbriefe ich zum ersten Mal das Model. Hallo. Wie heisst deine Facebook-Seite? Um... 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 Das Video. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Zum Frühstück esse ich einen Bellangieri-Kasten mit Cookies, habe es gestern gekauft, vergessen zu essen und es wäre schade, wenn dieser unterwegs schmilzt, deshalb esse ich zum Frühstück einen Bellangieri-Glase, abgekürzt BJ. Jetzt geht es für uns zum Workshops Sprachkurs Japanisch für Anfänger. Ich freue mich schon darauf. Wir haben nicht mal Zeit um richtig zu frühstücken, wir sind unterwegs frühstücken, ich ernähre mich. Konnichiwa, der japanische Kurs war richtig lustig, der Crashkurs. Kannst du schon ein paar Wörter sagen auf japanisch? Konnichiwa! 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 So, jetzt befinden wir uns in dem Händler-Bereich. Wie ihr seht, sind wir alle möglichen Figuren. Schau doch mit diesen Kätzchen an! Echt cool! Schaut mal wer da hier ist! Captain Sparrow! Cool! In der nächsten Abteilung, der Händler, alles mehr Plystier hat. Seht ihr das? Yeah! Nein, Tourist! Cosplay! Jetzt haben wir noch den Kahn. Ja, ich habe kein Geld mehr. Ha, schau mal rein! Moodersuppe! Kein Rahmen! Jetzt geht es ab an die Fotowand! Der Fotowand! Oh, Fuulhaus! Ich bin gespannt wie das auch sieht. Fotowand! Die Fotografie! Hallo! Hallo! Wie ist dein Name? Ah! Surya! Surya! Hast du eine Webseite? Nein! Nein! Ah, ok! Weiter so! Ach, das steht jetzt nicht in der Zeit. Zulcher! Ah, das steht jetzt in der Zeit. Tja! Ja, wahrscheinlich. Ich nehme jetzt mal rein. Der, der hier ausgerichtet hat, die man hier in die Luft nicht zu fallen. Das ist so ein Scheiter! Ganz sicher, ich nehme jetzt mal rein! Wunderbar! Ah, ja, graf! Vielleicht sind wir ja nicht mehr. Hei, die Röntgen. Hei, die Röntgen. Hei, die Röntgen. Hei, die Röntgen. Hei, das ist mal besser. Hei, das ist mein Foto. Jetzt muss ich mir in Fotos noch sehen. infotische Foto. Ok. Oh, look, it's frozen. Sing mal. Hey, 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 hey! Hey, hey, hey! 5..3..2..4....1..3..2..4..1..3..2..4. Warte, was du? Warte, hättet ihr mit dem Video? Mach das Video! Kannst du Naruto kippen? Yeah, läuft und läuft! Es läuft der letzte Tag, zwar nicht mehr so viele da, aber es läuft immer noch. Voll in action! High five! Garderobe. Full House. Nicht so wie im Fantasy Basel. Wo ist denn eine Waffe? Wo ist denn eine Waffe? Ich habe ihn nicht. Nein! Was? Sind wir noch keine Waffe? Nächstes Jahr dann! Nächstes Jahr! Lucy! Yeah! Weitere mal! Das geht nicht! Nach einigen Stunden bis es zu macht. Endlich Taschen abgegeben nach ewiger Zeit. Und jetzt geht's weiter zum Gaming. In die Gaming Lounge. Jetzt geht's los in die Gaming Lounge. Richtig anstrengend in die Treppe hinauflaufen. Ich würde lieber hinaufjoggen. Aber die Leute vorwissen so lang sein. Vor allem der Asiat hier vor mir. Aber, Antoinette hat jetzt coole Sprüche. Seht ihr das? Ja. Ja. Hier auch wieder. Und riecht es richtig. Jetzt kommt ein Nerds. Wow! Wow! Yeah! Man, das war ja noch Zeit. Dann werde ich mich mal geboren. Weg! Sehr lang! Hey Leute! Das ist mal ein interessanter Geschmack. Grün Tee. Dessert. Cool, jemanden zu treffen. Aufs Einzige. Keine Ahnung, wo das ist. Achtung! Drei! Zwei! Warte! Drei! Zwei! Раз! Los! Kokabushi, Jutu!